Musik Hallo Kinder! Heute lernen wir wieder zusammen. Kennt ihr diese Form? Nein? Dann zeige ich sie euch. Das ist ein Kreis. Der ist ganz rund. Sieht aus wie der Reifen meines Fahrrads. Das hier ist ein Dreieck. Es hat drei Ecken und sieht aus wie ein Zelt. Das ist ein Viereck. Es hat vier Ecken und sieht aus wie ein Spielbrett. Das war nicht schwer, oder Kinder? Fallen euch noch mehr Gegenstände zu den Formen ein? Ein kleiner Tipp? Formen finden sich überall. Musik Mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Musik 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 Musik